Die Banken interessieren uns nicht. Diese Freaks sollen so viel Geld stehlen, wie sie wollen. Was habt ihr mit ihnen gemacht? Eine Sorge ist doch unerführt, aber an der anderen Stelle will ich mir Gedanken um mich selbst machen. Ich weiß nicht, ob du es schon geschnallt hast, aber das endet nicht unter mich. Was meinst du? Nee, ich glaube, seine Birner hat was abgekriegt. Das soll heißen, dass du Dreckiger-Jammerler mein dreckiges jemaliges Ende finden wirst. Lucius, öffne die Einfahrt zum Parkplatz. Ich war der Meinung, Sie wären bereits hier, Mr. Wayne. Wohl ein Systemaussetzer. Ich lasse das gleich überprüfen. Oh, ist vielleicht schon jemand im Tower drin? Ein unerwünschter Gast? Ich hoffe mal nicht. Oh? Oh? Oh, jetzt aber es geht ab hier. Oh, jetzt aber es geht ab hier. Oh. Boah, geht's ab. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Okay, wir klagen ein zweiter Versuch. Mit so viel Gegenwehr habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich musste mir bereits meine Beerdigung ansehen. Und jetzt soll ich mir den Spaß nochmal antun? Vielen Dank für die Blumen. So. Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich noch nicht gerechnet. Mehrere Angriffen, von North Line. Mann, Mann. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. So, guck hier. Mama Drohne hat Schaden erlitten. Oh. Sir, einige Drohnen haben nicht runtergefahren. Ach. Wir sind denn da noch, Mensch? Mensch. Mach mal Ruhe hier. Mann. Was ist denn da noch, Mensch? 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 Direkt der Treffer bei der Rattler. Du bist alt, vorhersehbar und hattest nie eine Chance. Mal schauen beim Tiefgaragen bei der Einfahrt, ob ich mich da irgendwie positionieren kann. Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Nicht mehr lange. Mamba Drohne hat Schaden erlitten. Mamba getroffen. Direkt der Treffer bei der Rattler. Panzerung hält. Mamba getroffen. Direkt der Treffer bei der Rattler. Panzerung hält. Drohne getroffen. Sie ist noch aktiv. Diamond zerstört. Wumms. Hat's gemacht. Nein. Verflucht. Die Rattler wurde getroffen. Wurde zerstört, würde ich sagen. Hat eine Mamba Drohne verloren. Die MP hiebe ich mal jetzt auf, falls die nochmal von hinten kommen. Bäm. Geht doch. Dronen offline. Wayne Tower. Das scheint der letzte gewesen zu sein, Mr. Wayne. Ihr Upgrade steht zur Abholung bereits. Dann hören wir uns nochmal unser Upgrade ab. Und ja, es ist empfindlich genug, um schon lange tote Pflanzenwurzeln aufzuspüren, falls sie dort zu finden sind. Führt Ultraschallscan durch Gebäude oder Untergrund aus. Unterirdisch. Topografische Bilderzeugung. Alles klar. Luscious, es dürfen keine Drohnen mehr reinkommen. Riegeln Sie das Gebäude ab und übertragen Sie die Fernproduktion an Alfred. So gut wie erledigt, Mr. Wayne. Viel Erfolg, Batman. So. Mache Ivis Pflanze auf Miyagani Island mit Hilfe des Badmobile Sonnars auf. Okay, dann fahren wir da mal hin. Die Beziehung von Fahrzeugen von Founders Island in den Norden und Süden der Stadt. Der Arkham Knight will die Schlinge zuziehen. Ich bin vorbereitet, Alfred. Sehr wohl, Sir. Okay, dann wollen wir mal schauen, wo der... Da-da-da-da-da-da-da-da. Hier, dann gehen wir weiter. Nein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Hauptziele. Da wird mir ja gar nicht angezeigt auf der Karte, das Hauptziel. Da sehe ich es jetzt einfach nicht. Das war doch aber irgendwo hier drüber, oder? Aber, genau. Ja, da scheiße. Na enorm, ein paar. Millie drüber. Dann haben wir das cha게? Ich würde das cha. Schiebe. No, das ist advantage. Ja, dieine Bank. Dasторы seid ja tehcar. mir kam mir kam mir land hier kam mir eins muss also hier irgendwo sein ist das na schulder trophy verdächtige person ich fahre jetzt einfach mal und sehen wir es schon ich mach dich platt boah ey schwein noch einer noch das ist meine stadt haben sie vergessen nütz ist deins nein jetzt selber so so nah einsetzen sie ist nicht tot nur vergessen ich kann sie zurückbringen ich glaube ich muss zu dem punkt hier zu dem roten punkt das wäre also hier geile sache außer der spring in ruhe wort fuck greif an blumen komm sie greifen meine pflanze ab beschütze sie schieß weiter erledigt sie ja sir regelt die gegner niemand kommt unter das dach ich kann ihre rinde härter als stahl machen aber ich brauche Zeit ich werde sie beschützen ich muss die milizkräfte ausschalten die albis pflanze angreifen ich brauche mehr Zeit ich mach dich du kämpf weiter Batman mei ne ok Leute wie es jetzt hier aber weiter geht würde ich sagen schauen wir uns in der nächsten Folge an so hätte es nicht enden sollen würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet und mir auch ein Abo dalasst dann verpasst auch keine Folge mehr ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ciao euer Andi